Wenn du falsch warst, dann können wir ja so richten. Was gibt's doch nicht? Ja! 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 Ja, Mann! Ihr Wasser im Ohr! Das gibt's doch nicht! Geh mal ein bisschen Gas! Weiter! Ah, komm weiter! Ach, jetzt ist jetzt voll der Schlappetrisse. Ach, das ist doch dann indirekter Freistoß! Peter, das ist so faul! Für die Schokolade noch kalt zu machen. Nee, für die Biere kalt zu machen. Geh mal, gib mal Eischbeiholle, bei Bier verbraren. Was? Ist das schon durch, doch? Übrigens, ist das meistens? Oh, der ist wohl los. Dein Haar! Wo ist der Deinhard? Ich hab noch Snickers dabei. Die Snickers sind ja leer. Oh, die sind ganz weich. Die müssen auch gehen. Hey, frag mal heute Stefan. Das ist so alter Mann, der hat ja schabiele Zähne. Der kann auch Blutschen. Ja, ja Aber selber. Na ja, ja, da sind so... Ist das dein Name? Oh, das sieht so aus, das sieht genau aus. Ja! Haaaa! Oh, oh, oh!